Oh, man darf nicht auf das Blaue. Ich dachte, man darf nicht die Grünen berühren. Ups, genau andersrum. Nein! Ich hab ein Kurzzeitgedächtnis von einer halben Sekunde. Hey Leute! Was geht's? Kann man ihr mit? Nina, hallo! Hallö, ich bin Mr. Supreme und das Adidas Girl. Wir sind mal wieder bei Roblox unterwegs. Wir werden mal wieder eine Omi spielen und zwar müssen wir heute hier aus dem iPad entkommen. Nun könnte auch ein iPad Pro sein. Auf jeden Fall sind wir hier in einem iPad gefangen. Diesmal anscheinend nicht mit den ganzen Apps. Geht's schon hoch? Eigentlich schon, aber die Apps werden hier eigentlich mit den Obis dargestellt. Ja, ich kann schon gerne anfangen. Ja, ich glaube es gibt insgesamt 93 Stages. Ich bin ja eh langsamer als du. Jetzt hat er mich schon eingeholt. Warum bist du so schnell? Ja, am Anfang sieht es noch relativ easy aus, muss ich sagen, Leute. Trotzdem, ich bin vor Kahn gestartet und er ist trotzdem... Ja, du musst halt durchziehen. Du darfst nicht warten, Nina. Also, aus dem iPad zu entkommen scheint deutlich einfacher zu sein als aus dem iPhone, wo ich das letzte Mal war. Sag dir, das war schwer, Nina. Oh, man darf mich auf das Blaue. Ich dachte, man darf nicht die Grünen berühren. Ups, genau andersrum. Was ist das denn? Nein! Oh, toll, das ist wieder so ein Glücksspiel. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis von einer halben Sekunde. Manometer, echt. Ich werde dir aber auch nicht sagen, auf was du achten musst, ne? Weil ich bin ja vor dir. Damit würde ich dir ja die Spannung nehmen. Also, ich kann dir nicht helfen. Es sei denn, es ist was ganz, ganz Schwieriges. Wo ich selber nicht anspricht. Das ist immer ganz, ganz schwierig für mich. Alles ist ganz, ganz schwierig für mich. Alles ist... Das Leben ist schwer als Noob. Kein Noob-Panzler. Oh, jemals leicht. Das stimmt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute. Sind wir noch Noobs bestimmt, oder? Ich auf jeden Fall. Nein. Ja, doch, eigentlich schon. Ich aber auch. Hallo? Okay. Wir wollen doch nur aus dem iPad entkommen. Um wieder irgendwo gefangen zu sein, wahrscheinlich. Ich dachte, wir sind da auf irgendwelchen Platinen oder so. Das sieht gar nicht aus wie in einem iPad. Ja. Ich sage beim letzten Mal... Beim letzten Mal sah es wirklich aus wie in einem iPhone. Tatsächlich. Also, das sieht jetzt ein bisschen Obi-mäßig aus. So Standard. Aber wir können halt sehen, wir sind umgeben vom iPad. Ein bisschen Vorstellungskraft. Muss ja sein, hier bei so einer Obi. Ist ja bei vielen so. Oh, die kommen hier nicht weiter, die anderen. Ich hoffe, ich aber. Yes. Okay. Okay. Das sei eigentlich Team Android oder Team Apple oder? Äh, Apple. Oder Team was anderes. Team Apple, ja. Ich glaube, es war vor kurzem auch Team Apple. Mittlerweile nicht mehr. Team Huawei bin ich jetzt. Ich gehe mir schon wieder hier keine Mühe. Das muss ich wahrscheinlich hier drauf nehmen. Ja. Was? Dein Ernst? Mega. Okay. Ja gut. Ich muss eigentlich gestehen, das ist eigentlich so eine Obi für dich, Nina. So einsteigerfreundlich. Hä? Darf man nicht auf die roten Dinger treten? Keine Ahnung. Aha. Das musst du selbst herausfinden. Nee. Okay, bei denen das Gleiche. Manchmal verwirren die ja einen diese. Ja, das kann doch sein. Also ich denke, hier darf ich nur auf den weißen. Ja. Ja, also ich muss schon sagen, das ist mit, glaube ich, die einfachste Obi, die ich bisher hatte. Das ist genau das Richtige für mich. Ja, eigentlich schon. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin bei Stage 29. Aber mich kannst du gerade nicht sehen, weil ich gerade vom Wenden umgeben bin. Oh nein. No. No. Oh mein Gott. No. Nein. Oh, ich bin genau in die Lücke gefallen. Auch zwischen der Stage. Unfassbar. Ich glaube, ich drehe mal wieder. Nee, dann. Das ist voll blöd. Oh. Das hat gar nicht funktioniert. Was? Ich verdecke mit meinem riesigen Melonen-Kopf die, oh Gott, bin ich denn jetzt? Die Hindernisse. Tja. Ich habe einen großen Kopf, einen großen Roblox-Kopf. Oh, laufe ich, oh, ich laufe gerade nach hinten. Oh nein, ich bin so doof. Wir sind ja auch in die falsche Richtung mal gelaufen. Ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen gerade. Ein typischer Nina-Move. Das ist mein Signature-Move. Ja. Nach hinten laufen. So. Okay, jetzt bin ich hier wieder richtig. Tak, 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 tak. Okay. Oh. I did it. Fastes Brett vom Kopf. Ups, I did it again. Ist Britney Spears, soll ich noch einbieten? Der hat wohl ihre Karriere beendet, habe ich jetzt gehört. Ernsthaft? Yes. Reicht das auch mal langsam. Offiziell hat sie jetzt ihre Karriere beendet. Sie war ja, hat ja auch keine Musik mehr gemacht. Sie hat ja eher nur noch so als Juror in irgendwelchen Castingshows. Ja? Okay. Und dann weißt du eigentlich, dann ist es vorbei. Idol oder sowas. Dann weißt du, dann ist es vorbei. Aber hey, es ist Britney Spears. Ups. Hast du es geschafft? Eigentlich? Du hast geschafft. Bist du durch? Britney Spears kennst du ja. Nee. Bist du durch? Ich bin doch nicht durch. Nein. Es gibt mehr als 100 Stages, glaube ich, hier. Ich bin gerade mal bei 38. Nein! Das ist ja mal ein langer, Robi. Jetzt sterbe ich sogar bei den einfachen Sachen. Das ist echt nicht witzig. Not funny at all. Oh nein, jetzt bin ich auf diesem Glibberding. Oh, das ist doch. Nein! Einmal drüber, einmal drüber, einmal drüber, einmal drüber. Das hört mich so ein bisschen an Wipeout oder Takishis Castle. Ja, ja. War das auch immer so bekannt. Ich habe auch letztens eine Wipeout Challenge tatsächlich gespielt. Können wir vielleicht auch mal machen. Ja, ja. Es geht wie iPad. Moment. In welche Richtung geht es? Komm schon! Nee, von hier komme ich. Hä? Nee, da war ich doch gerade. Oh man. Ich finde, die sieht alles so ähnlich aus. Das findet man gar nicht mehr zurecht. Ja, muss vorsichtig sein. Gerade bei dir, Nina. Ey, jetzt bin ich genau da wieder in den Abgrund gefallen! Unfassbar! Ich steh auf jemanden drauf. Nein! Oh! Mensch! Wenn ich schon sehe, dass das nervige Game-Girl bei 38 ist und ich gerade mal bei 5,40. Hau jetzt ab! Was geht mit der? Die blockiert hier voll meine Stange. Macht die das absichtlich? Kann sein. Vielleicht ist das ein Fan! Aber ich bin einfach ein bisschen vorgejamt. Was hat sie jetzt davon? Okay, wie komme ich jetzt hier rüber? Okay, hier wieder mit der Farben anscheinend ein bisschen verwirren. Ich denke mal nicht, dass ich auf blau darf. Okay, hier ist es schon ein bisschen schwieriger. Puh, okay. Das geht aber hier. Ich bin gar nicht mehr so schlecht. Ich muss auch ehrlich gestehen, das ist schon ein echt einfacher Aobi, ne? Nö, das ist voll schwer. Also wenn ich das mal mit dem iPhone vergleiche, das war ja richtig schwer. Das ist halt so eine Standard-Aobi. Aber es ist trotzdem eine Aobi. Nein, ich bin dazwischen gefallen. Ich habe letztens eine Toiletten-Aobi gemacht. Oh nein, jetzt kommt schon wieder dieses, entscheide dich richtig. Aber zumindest gibt es dazwischen immer Checkpoints diesmal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe letztens eine Toiletten-Aobi gemacht. Die habe ich auch nicht geschafft. Nein? Ne, da bin ich nicht weitergekommen. Okay, so jetzt hier, guck mal einmal. Ich habe es geschenkt. Nein, ohhhhhhh. Mom! Warum? Was habe ich dir getan? Ich sage mal... Also bald gibt es hier Ärger. Verweizt nur! Nee, gar nicht los. Schon wieder. Och maaaannn! Nina, ich hasse diese Stellen, wo man so richtig wählen muss. Zwischen drei verschiedenen Türen, sage ich mal. Es war jetzt keine Tür, aber... Oh nee! Dang it! Das ist aber in der Mitte. Nee, ich muss nicht hier drücken. Leute, zockt ihr nicht auch Roblox? Wenn ja, gerne einen Kommentar. Falls ihr aber Roblox hier feiert bei uns, dann gerne auch ein Herz-Momentjob in die Kommentare. So, der bleibt hier die ganze Zeit stehen. Wenn ja... Achso, nee, der ist schon fertig. Wie häufig seid ihr schon gestorben? Habt ihr das gezählt? Führt ihr darüber eine Strichliste? Ihr könnt ja bei uns, ihr könnt ja nochmal zum Anfang des Videos eine Strichliste führen. Wobei, wir wechseln ja immer im Gameplay. Das kann sein, dass der ein oder andere mal ruhig bleibt und ihr nicht mitbekommt, dass jemand gestorben ist. Und ihr könnt es nicht sehen. Das einzig Gute an Roblox, was heißt das einzig Gute, aber auch was Gutes an Roblox ist, dass mir da nicht schlecht wird. Bei Minecraft... Hast du diese Motion Sickness, ne? ...kannst du das total aus mit der Motion Sickness, durch diese ganzen Sachen, Bewegungen. Ja, stimmt. Hier kannst du halt immer schön... Ist mir das ein bisschen viel geworden irgendwann. Da war mir ja ein bisschen schlecht. Aber hier habe ich das nicht. Oh, da hinten kann man... Oh, nicht mehr lange. Ich glaube, ich kann es schaffen. Oh, ich hasse das! Ne, du solltest mal das nicht machen. Ich habe versucht, so ein paar Kurze über Listen, indem ich einfach außen lang gehe, aber da war eine Grube. Das hat nicht geklappt? Ne. Okay, so. Was muss ich denn jetzt hier machen? Muss ich hier rüber? Okay, das ist easy. Okay, das ist so easy. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Bup, bup, bup. Ob wir das heute noch schaffen? Ich schon. Du ja? Wo bist du denn? Ich sag ja. Ich bin bei Stage 70 jetzt. Wo kann man davon mal sehen? Ich meine, es gibt 100 Stages. Wenn du... Äh, rechts oben siehst du das so. 52. Und nein, ich bin jetzt da auch, wo man das aussuchen muss. Welche Farben. Ja. Wo man immer durchfällt. Das dauert immer sehr, sehr lange, muss ich sagen. Ja, das sagt man hat Glück. Komm schon. Ich würde am liebsten hier sprinten können in den Ovis. Oh. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt wird es schon ein bisschen tricky. Okay, jetzt ist es weder rot noch blau. Dann muss es grün sein. Ich möchte mal richtig geraten. Intuition... Oh, hier sieht es schon ein bisschen iPad-mäßig wieder aus. Das ist irgendein Spiel hier auf jeden Fall. Wobei, es könnte auch Standard irgendwas anderes sein. Hebron Hebron oder so? Oh ne, jetzt... Was? Das kommt nochmal? Ich dachte ich hätte es schon geschafft. Hä? Ne. Das ist ja ganz komisch hier. Nein! Wie? Woher soll ich das denn dann wissen? Oh, dein Ernst? Ich bin in so einem Labyrinth. Das ist mal richtig schwierig. Okay, also ich gehe als erstes hier durch. Boah, ich habe es intuitiv einfach mal richtig geraten. Boah, Leute! Ich habe hier vorher den Run. Ich bin vorher falsch gegangen. Boah! Ich komme hier aber zu viel, weil das ist doch ziemlich schwierig hier jetzt gerade. Ich verstehe auch nicht, wie man da weiterkommt. Jetzt ist es doch schwierig geworden. Ah, jetzt habe ich nicht zu weit... Nein! Ich habe gesehen, ich darf nicht zu weit nach vorne. Man muss durch so Wände durch. Das haben wir so ein bisschen tricky gemacht. Ich muss darauf achten auf jeden Fall. So, ich darf nicht zu weit. So, jetzt. Okay. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt Stage 62. Ja, sehr gut. Wo bist du? Ich bin jetzt bei 80. Ich habe die Obi gleich geschafft. Da ist der Galaxy her. Das ist das Supreme mit Galaxy her. Ja, das Louis Vuitton Oberteil bringt mir Glück. Du Rich Kid. Rich Kid! Okay, das ist sozusagen die letzte Etappe hier. Dann kann ich aus dem Ice Cape, äh, aus dem Ice Cape, aus dem iPad Escapen. Ice Cape, Ice Cape. 66. Ja, aber vom Schwierigkeitsgrad wird es nicht unbedingt schwieriger, muss man sagen. Also, ihr seht ja schon, ne? Also, allzu schwierig ist es jetzt hier nicht. Oh. Hey, hey. Upsi. Das wiederholt sich auch oft. So, ich bin jetzt 70. Sehr schön. 70 Jahre. Das wussten wir aber auch schon vorher. Ja. Ich glaube, ich schaff das heute nicht mehr. Wo bist du jetzt? Jetzt bin ich bei 92. Ich bin bei 75. Wow, was war das denn? Bin ich gerade gejumpt? Ja, guck ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Was denn? Nichts, nichts. Ich sehe, alles gut. So, jetzt bin ich bei 96. Ich bin bald hier aus dem iPad endlich mal raus. Endlich. Oh nein, ein Labyrinth. Ich bin gleich am Ende, Nina. Ich bin jetzt bei 80. Ja, guck. Schaffst du doch vielleicht noch. Ich bin bei 98. Ob die Zuschauer so viel Geduld haben, mich jetzt hier auch noch... Ja, natürlich. Ihr habt doch bestimmt Geduld, oder Leute? Siegend zu sehen. Das war auf jeden Fall mal ein Parcours oder ein Escape nach meinem Geschmack. Schön einfach. Sodass ich auch eine Chance habe. Ich hab geschafft. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann you escaped the iPad. So, ich kann ja auch gerne noch... Was hast du jetzt davon? Kann man da noch was gewinnen? Wir sind auf dem iPad drauf tatsächlich. Heftig. Auf dem iPad drauf. Ah, das heißt die Band in der Grafik. Irgendwie sowas. Ich bin jetzt Stage 85. 86. Guck hier, wenn ich hier jetzt nach oben gehe. Ja. Können wir sehen, dass wir auf dem iPad sind. Ja. Tja. Also gerade könnt ihr das sehen. Mach du ruhig. Ich zeig jetzt gerade erstmal kurz das iPad hier. Der Countdown rückt näher. Ja. Ist auf jeden Fall altes Betriebssystem. Und jetzt können wir ja nochmal gucken, wie Nina das hier schafft. Also ihr könnt es jetzt sehen. Ich werde später sehen. Ich bin jetzt Stage 91. Los Nina, du schaffst das! Du warst hier wie am Schnürchen. Genau in dem Moment bin ich gestorben. Ich bin schon seit ein paar Stages nicht mehr gestorben. Ich habe echt gut durchgehalten. So. Oh nein, ich habe die falsche Kugel genommen. Sowas dauert immer mega lange. Wieso tun die das? Oh, ich höre dich ganz schlecht, Nina. Ja. Was? Ich höre Nina gleich nicht schlecht. Die Verbindung ist sehr schlecht zu dir, Kahn. Kann sein, dass ich nur auf die roten muss? Nina, ich höre dich nicht! Hallo, hallo? Du brauchst gar nicht reden. Also mit mir nicht. Machst du lange für Insta ein bisschen was. Ah, da bist du wieder. Ich hatte gerade mega schlechte Verbindung zu dir. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Jetzt höre ich dich wieder. Ich mache gerade für mein Insta ein bisschen was. Für dein Insta? Ja, ich mache gerade ein Foto. Wie ich eine Aubie zocke. Chill. Ja, weil du brauchst ja ein bisschen länger. Schreib mir nicht an. Na, war so klar, dass es nicht schon wieder rot ist. Wie mache ich das denn? 93 habe ich jetzt. Ja, gleich hast du es geschafft. Ja, oder? Ich komme nicht. Wie? Gehe ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung? Ne, komme ich von da? Ne, komme ich von da? Da muss ich hinkommen. Also wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann war es das aber auch für heute. Welcher Stage bist du denn? 94. 90. Ey, los. Jetzt wird es eigentlich nicht schwerer, sondern eigentlich nur noch einfacher. Noch besser. Besser. Ne, einfacher. Also Leute, ihr könnt natürlich auch auf Insta ein bisschen vorbeischauen. K-XY. Dann sehen wir, wenn ich mal ab und zu eine Aubie hier zocke. Vielleicht können wir dann ja gleichzeitig zocken. Wer weiß. Ich habe es gleich. 97, 98. Ich sehe schon das Schild. Hey, dann habe ich es auch geschafft. Dann ist das mein zweites Aubie, was ich geschafft habe, oder? Toy Story habe ich auch geschafft. Ja. Oh, guck mal, jetzt bin ich wieder in der Aubie drinne. Schade. Yay. Step below to escape the iPad. Hast du es geschafft? Ja. Sehr schön. Erst dort kurz bist du da in der anderen Lobby bist. Oh. Leute, das war Escape the iPad oder iPad Pro, je nachdem, was es war. Aber ich glaube, es war ein normales iPad, weil es schon ein bisschen länger her ist. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Daumen nach unten. Und dann Nina. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Yes. Ich bin schon mal.